dann komm ich mal zu feld 6 hingedüst und ich düse 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 im sause schnitt und bring die liebe mit auf meine himmels ritt man kennt ja das war noch zeiten das war zeiten ja das war eigentlich noch zwei oder weiß noch nicht geboren in der zeit da war nein was meinst du hier bitte nicht nicht es gibt schon viele menschen ist nicht können ich mir zumindest vorstellen und so abladen kannst du ein silo abkippen deutsche welt hat doch noch gar nicht existiert oder ich bin 87 das war ja anfang der 80er mit der 80er in der 80er und dann kam euro dance rhythm you could feel it you could feel it rhythm in münchen steht ein hofer als doch freuden häuser müssen raus damit in unserer schönen stadt das los da keine chance hat und draußen vor dem deltamur langweilen sich die nütten nur weil jeder den gesehen zu wählt man sein von rosis nummer wählt jetzt seid ihr doch natürlich die durchschöne version von otto wenn man ja kleinen mädchen aus der vorstadt trage heute nasen ringe aus phosphor du sollst das singen lassen die haare sind blau die lippen grün und steigern sich die ketten am ohr die stehen zusammen in welchem silo meintest du keine ahnung irgendeines wieso ich welches silo soll ich denn meinen du hast du jetzt die schmude brennt ja oben habe ich das abgeladen den raps ja ich was habe ich gewöhnt körner häckse gut da oben ist gras drin stimmt naja keine ahnung wohnert du machst das schon hey hey ich bin der goldene reitung ich war ein kind dieser stadt ich stelle jetzt einfach den hänger hoch zu meinem hoch dann fahr ich den charakter wieder runter karl der käfer hatte keine chance ach nee nein karl der käfer wurde nicht gefragt man hat ihn einfach fortgejagt das sollte man mit dir vielleicht auch machen ja ich höre es singen auf wenn du die schönen lieder verschandelst ich höre nieder klasse furcht der tage heute nahe sind ringe aus phosphor die haare sind blau die lippen grün streichert sie die ketten am ohr die stehen zusammen dicht bei den flammen bis die sonne untergeht die feuerwehr hat es doppelt schwer weil der wind sich dreht das ist neu das ist neu das ist neu in der tat ja liebe leute wenn ihr landwirtschaftsmodulator 2015 spielt und auch noch gut singen könnt dann meldet euch bei uns wenn ich nicht mehr so viel singen muss nicht bei uns ja viel zu verlieren das ist relativ ich habe ja noch nicht viel verloren nur mein verstand und das war nicht gewählt also der war bei mir vorher schon weg hier habe ich vor der Tür gelassen als ich reinkomme wieso glaubt ihr das? ich weiß es nicht du bist überzeugend du bist überzeugend schlaue menschen können sich dumm stellen können sich dumme menschen auch schlau stellen denk mal drüber nach nein dumm ist der dumm ist du du bist dumm du lässt nur du keine chance beim spielen du verheiligst wenn wir irgendwelche Sachen ja ja ach da ist ja aller Gras drinnen im Silo ja im Silo ist ja Gras drin ja so schweigst du ne ja BIKEDAMON hehehe hehehe moin you shall not pass ja ich will zum Beispiel nur noch mal im Thema Schauspieler waren ich finde mit Damon ist ein großer Schauspieler das ist ein großer Schauspieler äh es geht ja sagt man mit der gar nichts entschuldigt bitte aber das sagt mit gar nichts mit Damon war auch das das war james rhein er war james rhein doch mal vor uns dann spiel von hengst genau jetzt auch von anfang an gefallen ja ausgeführt die ich bis in der worte mich übrigens in true story tom higgs und ich habe am selben tag geburtstag und schreibt er euch ist eine heimliche liebe nee aber witzigerweise irgendwann verrate ich dir mal mit wem ich geburtstag habe das könnte ich ja auch mal herausfinden weil ich weiß wenn du geburtstag hast naja ist okay war das war ein sänger einer der besten du meinst die von queen hier freddie mercury nein viel älter und verrat es nicht sonst wissen es heute gleich ach du hast mit elvis an einem tag geburtstag ich weiß es nicht ich hätte nur geraten aber habt ihr auch im selben jahr geburtstag nein ich glaube er war 20 jahre älter oder so als nächstes hätte ich noch gesagt johnny cash wenn wir noch eingefallen der türk macht mich verrückt hier da hat man schon wieder den trucker geklaut aber viel schlimmer ist es mein alter mein alter also mein bester freund aus meiner kindheit der hat am 20. april geburtstag da hast du mir die arschkarte was hatte das ist dann 20 nach frühen hat der geburtstag also war der beste freund aus ja nee nein 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 guck da wie das ding wieder davon aus der beste er hat am selben tag geburtstag also dann 20. april geburtstag aber das war nicht nicht der herr also nicht der herr der war's nicht ach man was dann der freuert doch eh nochmal zu schnell der holt doch erstmal die raupe rein und dann klebt er am arsch ich hätte den Tempomaten gerade eingestellt kommt dumm klaut man den Trecker und gleich wieder einen anderen Mann du kannst dich nicht entscheiden ich bin gleich voll mit Körnermais ja ich stell bist du mal zu halten und dann ich höre mich auf zu essen wenn du schon wieder aufhalten bist oder zu trinken welches Feld war das 5 der 6 ne du musst weiß auch wieder true story Hidan ich war heute einkaufen NEIN so ja soll auch mal vorkommen äh es gab wieder Captain Morgan im Angebot und wieder mit den fantastischen Glashunden den hier hunden 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 ja war wieder im Angebot hab ich wieder zwei Flaschen mitgenommen jetzt hab ich vier hunden drei mehr als du und ne ja ich wollte nur sagen fi toi ens will ich nicht dazu mich drüber zu haben ich wollte dich damit auch gar nicht ärgern ja 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 я� kit ja oder waren es anderthalb damit kannst du nicht ärgern denn ich habe keine erde wie eine erde gebührt wenn ich so unter sich ein kies unter sich hat er gesagt ach quatsch ich würde sagen wieder um neun dann habe ich schon das können wir direkt in den laden rein die ersten die ersten 5 5.0 bier kaufen oder 5.0 um sieben muss ich aber noch mal ein bisschen ich wollte mal noch mal duschen zweimal duschen und es weihnachten los vor dein dinge heiß oh ja fahrs aus diese ruhe herrlich ja wenn man das ding heiß macht das ist schon mal entspannen schön 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 ich höre die vögel zwitschern herrlich so bei mir die igel brümsen vor der tür hast du das schon mal gehört nein was ist das für ein geräusch da draußen stock dunkel macht die tür voll der taschenlampe wie igel aufeinander das ist gar nicht aber das ist der schmerz gehabt habe ich wollte gerade sagen dass du weh das müsste mal anschauen das ist das immer an dass das weibchen ist was drunter sitzt das haltet die ihre stacheln zusammen das ist es ist bloß ein klumpen auf dem rücken irgendwie so komisch aus ist es ist so wie die poste oben in der mitte dann ja wenn die stacheln da auch nicht zusammenfalten fantastisch ich habe noch nie gesehen wie geht mein brümsen ist das bei mir ja alles abgeht oder wäre ja das ist noch natur pur ich finde man steht der fuchs hier vor der tür und dachs ja auch nicht ab so haben wir ja die sehe ich sonst so im bild und er hat gezogen bin habe ich noch nie in freiner naturen feiern natur und dachs gesehen das ist auch gestützt das glaube ich müssen außergewöhnliche können sie sind sehr aggressiv wird ihnen auch gesagt ich habe noch keiner eingefallen aber so groß wie die hier teilweise sind das sind schon katzengriller also da aber ich komme ja am 20.9 19.9 bin ich ja in der gegend da vielleicht komme ich hier mal besuchen wenn ich dich besuchen darf hilfe was wolltet ihr mit dem mais machen ja keine ahnung so dick wollte irgendwo für die tiere füttern welchen meister den kölner meister denn können wir verkaufen ach so kann man verkaufen ok das hexenkokasse verkaufen das steht jetzt oben am hänger drinnen am dingern oben am hoch am hänger drinnen bleiben wir ja bei 2000 abonnenten die deutschlandtour kann mich schotek besuchen deutschlandtour das wäre ja außerhalb deutschlandtour das stimmt ist ja auch selber was du bist bayer das gehört nicht zu deutschland eindeutig sie sehen sich selber sagen auch selber es ist ein freistaat der heißt der frei der freistaat von uns zu bayer das war Punkt 9 von der Map Old Times hier im Landwirtschaftsimulator 2015 weitere folgen dann in kürze schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei und wie immer lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder auch sehr sehr gerne ein Abo bis bald sagt Florian von Let's Multiplay bis bald 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 Vielen Dank.